Guten Morgen miteinander. Ich bin der Innohofer Patrick, ein Skibergsteiger aus Vorarlberg. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wo meine Kraftquelle da im Wallgau liegt. Ich bin gestartet im Plotest. Wir haben relativ viel Schnee, wenn wir da schauen. Super Verhältnisse, eiskalt und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen zu meinem Lieblingsplatz. In der Umgebung, wo ich meine Kräfte sammle und ab und zu mal bärte, wenn es irgendetwas Wichtiges gibt. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt geht der Uffe. Ich bin gestartet, wie ihr seht, im Plotest, auf Nenzinger um, von der Agrargemeinschaft mit der Ski, Richtung Nenzinger Bergufer. Und wenn wir da umschauen, da ist die Alpe Gamp, und wir kommen da jetzt schon her, zu einer kleinen Kapelle vom Nenzinger Berg. Und das ist einer meiner Lieblingsplätze. Man ist da sehr oft alleinig. Und man kann da rein und einfach gedankenfreier Lauf lassen. Und an diese Sachen denken, wo man wichtig sind und wo man braucht, damit man Kraft kriegt. So, jetzt ziehen wir da schnell die Ski aus. Und dann schauen wir mal das Panorama an, was da heute ist. Da sind wir in Walgarwache, Frastanz, Oferkir-Husse, Schweizer Gegend dahinter. Und ja, da spielt sie mir lieber ab, da unten im Tal. Und da habe ich, da trainiere ich meistens. Und darum bin ich da so gern. Und jetzt kommen wir mal. Oh, die Kapelle wird gerade restauriert. Gibt es schon ganz, ganz lange. Und ja, bin einfach gern da. Kann da aufschauen Richtung Gamp, Richtung Eckkopf, was da da oben ist, was wir da oben sehen. Oder im 19. Himmel. Oder im 19. Himmel. Da taugt mir einfach da oben. Und vielleicht kann der ein oder andere mal rufen. Vielleicht trifft man sich. Da kann man mal miteinander reden. Oder vielleicht kann man einfach rufen und gehen da mal rein. Und denken über ein paar Sachen auch, was euch wichtig sind. Und hoffe, dass es allen gut geht, dass wir gesund bleiben, was das Wichtigste ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießen die Zeit. Zur Zeit ist es ja extrem herrlich im Ländchen mit so viel Schnee und der kalten Temperaturen. Und hab ich Ehre miteinander. Und dann. Und eben.